Deutscher Gewerkschaftsbund fordert Inflationsprämie für Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Also man glaubt es ja gar nicht, auch jetzt, also jetzt geht die Aktion oder die ganze Diskussion um das Thema einer Inflationsausgleichsprämie für Rentner erst so richtig los. Der große Deutsche Gewerkschaftsbund DGB fordert in einer Pressemitteilung vom 20. Juni 2023 eine ähnliche Inflationsprämie, die es ja für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gibt, auch für Rentner. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich habe es hier mal aufgeschlagen für Sie und dann können wir es auch noch ein bisschen vergrößern, sodass es auch vielleicht besser für Sie zu sehen ist. Der DGB fordert eine beitragsfreie Inflationsprämie und eine Rentenerhöhung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sagt schlicht und ergreifend, dass eine Inflationsprämie sozusagen für Rentnerinnen und Rentner eingeführt werden sollte und es sollte auch möglicherweise hier entsprechend die Renten noch mal erhöht werden. Also meine Damen und Herren, ich finde keine schlechte Idee, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund sich jetzt hier sozusagen in diese Diskussion um eine Inflationsprämie mit einmischt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist eine ganz, ganz große, starke gesellschaftliche Organisation, die die Rechte von vielen, vielen Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber auch von Rentnerinnen und Rentnern, die noch Arbeitnehmer sind oder sich politisch auch oder gewerkschaftlich organisieren, hier vertritt. Ich finde es eine gute Sache, dass der DGB hierzu was sagt. Ich kann nur hoffen, und so geht es ja auch in Richtung meiner Videos, die ich hier veröffentliche, dass es eine gesellschaftlich übergreifende Diskussion zu diesem Thema gibt. Ich bin der Meinung, dass wenn für pensionierte Beamte eine Inflationsprämie gezahlt wird, dass das dann auch für unsere gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland möglich sein kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenmischheit24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel